so hallo zur vielleicht vorletzten folge von links warum ich das sage ich erwarte dass das dann links schloss ich krieg sie krieg die rom gerade nicht auf moment ich hab gleich kann ich reden und gleichzeitig rom öffnen dass das dass das dann links schloss das finale ist und wir dann halt den 49 mond bekommen und dann hoffentlich noch irgendwie klar wird was wir noch tun müssen um den fünfzigsten mond zu bekommen ich bin ein bisschen verwirrt weil es ja dieses doppelt diesen doppelten mond in blumen blossom garden dingen es gibt aber irgendwie vielleicht tut sich ja hier nach noch etwas auf wir werden sehen wir gehen rein und sind gespannt dann castle of sin ja das ist wieder so auf okay okay dann gibt es hier vielleicht wieder einen grünen raum und gibt es hier vielleicht wieder einen grünen raum also könnte ich mir halt vorstellen ich kann hier noch gar nicht rein man könnte hier schon 49 monde haben man könnte hier 49 monde haben das irritiert mich jetzt schon wieder weil das bedeutet dass ich doch was verpasst habe ich setz mal ein state wir haben 77 exits also nach den exits könnten wir rein aber ich könnte schon 49 monate haben verflucht wo ist denn dann ist es hundertprozentig die geschichte mit dem zweiten mond in blossom garden aber wie komme ich daran aber wie komme ich daran dann will ich jetzt noch nicht ein castle of sin spielen ich will wissen ich diesen mond dran komme ich könnte in diesem schloss 69 monate haben äh 69 49 dann geht es gar nicht anders ich verstehe das nicht wir haben alle wir haben wir haben doch alle grünen häuser und so weiter haben wir doch gesehen wo soll denn da noch was sein was wir halt noch nicht genutzt haben ist dieser zweite wie dieser hinweis dass das mit dem grünen raum zwei mal vorkommen also die dritte ranke aber wo soll der zweite grünen raum sein das da green room red green room third wine das gibt es das ist zweimal sozusagen trifft das zu haben als ja gehiesen aber wo und wie und und was ich verstehe es nicht und dieses bild hier sind wir gehen das jetzt noch mal durch ist mir egal dieses bild hier das zeigt mir eine ranke die an einem ort ist wo es sonst überhaupt keine ranke ist da da ist nie eine ranke in dieser mitte was da ist ist ein block im also wenn wir jetzt in dings gehen dann ist da ein block also eine textbox ist an der stelle und keine ranke aber das ist auf jeden fall dies des bunds des bunds nest level dings aber an der stelle ist kein was soll ich mit der feder ich habe die feder noch nie nutzen können guck mal irgendwas ist hier irgendwas sammelt man hier ein oder weiß es nicht also irgendwas nehme ich jedoch mit wenn ich in dem moment mit der feder hier raus gehe kommt es auch wenn ich die feder nicht habe und dann da einfach raus gehe ach da ist ein pilz oder ah ja nee ich bin dumm da ist ein pilz in dem moment wo ich hier rein komme werde ich ja groß und dadurch dass ich hier raus gehe aus der tür taucht der pilz an der stelle wieder auf der dürfte jetzt hierher fahren wenn ich oder der sitzt da halt ja der ist einfach weil ich ja groß werde wenn ich hier rein komme wozu eigentlich wozu werde ich groß wenn ich hier rein komme weil die feder würde mich ja eh groß machen wozu werde ich hier groß kann ich irgendwie an dieses joshi rankommen welche komme ich doch auch nicht drüber das ist ja alles fest hier ich glaube da bin ich auf dem holzweg gerade ich verstehe nicht hier war der mond hier war einfach so ein mond glaube ich und und hier außen kann man auf diesen schornstein rauf fliegen aber da ist ja auch nichts so hier kann man drauf stehen aber wozu ich kann hier nichts tun da geht gar nichts das ist einfach da dieses ding und das irritiert mich massiv und der ist einfach da dieser block check's nicht und hier bin ich natürlich wieder klein dann und hier auch also die ranken sind überall überall so und nicht an der stelle wo es bei dem bild ist ich muss noch mal hier die bilder an aber ich drehe mich im kreis ich drehe mich komplett im kreis ich verstehe nicht was mir das erzählen soll ich mein das ist direkt unter dem es inzwischen der mitte von dem aber wenn ich da hoch spring da ist ja auch nichts und hier ist das andere bild mit den zwei büschen hier aber das sind das ist ein ziel das gibt es also ich weiß gar nicht wo das sein soll was das mir sagen soll dieses ziel ich verstehe den hinweis nicht also in keinster weise verstehe ich den hinweis aber das muss irgendein gesamträtsel sein was da noch aber ich habe es noch nicht begriffen aber ich weiß jetzt dass ich vor diesem tannis sind dingen dass ich das haben könnte hier das ist hier aber also es ist eigentlich nicht hier eigentlich ist es nicht hier eigentlich ist es nicht hier ne eigentlich ist es nicht hier aber das ist dann wo aber wo sollte es dann sein ich verstehe die ganzen zusammenhänge nicht leider was war das für ein level das war der quatsch das nützt mir alles nichts das war der auto level da war auch kein haus gibt es da irgendwo ein green room wo drei ranken auftauchen plötzlich irgendwie irritiert mich dieses level noch so ein bisschen sind hier also wenn jetzt irgendwo drei ranken kommen dann würde ich mich da mal kurz nochmal umschauen aber ich glaube nicht dass da drei ranken waren also ich frage mich halt ob jemand wirklich so ein level einbaut und es ist einfach so da eigentlich hat er nie was ohne grund gemacht das ist einfach der punkt der hat nie was ohne grund gemacht ich kann nicht mal stoppen hä ich kann gar nichts machen doch ich kann sterben aber ich ach weil ich durch die kanonen darüber gepfölfert werde ich kann gar nicht ich kann vorher gar nicht reagieren nee okay egal nee das ist auch nichts hier das war die troll welt na genau da war aber auch kein spezielles joshihouse ne das war das level das war das normale meme land level da war auch kein joshihouse das war das hat der quatsch genau ich erinnere mich tja aber das haus ist ja auch eindeutig also wirklich eindeutiger geht es gar nicht mehr dieses hier aber das haus ist ja auch eindeutig der einzige unterschied ist halt dass hier eine box drüber ist das wo es geht da ist eine box aber hier ist nichts ich kann hier gar nichts machen ich kann hier gar nichts machen dieser hinweis nützt mir auch nichts ich meine ich kann jetzt wo ich die ausgelöst habe nochmal hier durch gehen aber ich glaube nicht dass das was ändert wenn ich dann jetzt oben wieder rauskomme wobei ich glaube auch wenn ich oben wieder rauskomme kann ich dann überhaupt ich weiß gar nicht mehr wie es ging aber kann ich dann überhaupt äh wieder runter ja doch muss ja wieder runter kommen sonst könnte man das level ja gar nicht beenden ich jetzt weiß auch wieder wie es ging cool haben wir schon ohne states gespielt ne also ich will jetzt nur kurz ich will nur kurz wieder hochkommen nichts was jetzt hier lange zeit dauern sollte jo 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 doch doch schlecht passt so ja jetzt bin ich oben aber das ist das gleiche wie vorhin wo ich da rausgekommen bin aber warte mal das ist ein röhrenausgang wie das andere auch ist dann wait ist dann in monas home ist dann in monas okay also warum ist ist dann einfach okay es könnte jetzt mehr okay es könnte zwei gründe haben es könnte sein dass ich völlig auf dem holzweg bin und der ein einfach nur jedes haus kopiert hat und dann ist da oben halt so eine röhre gewesen und bei den anderen häusern kommt man halt einfach nicht an die röhre ran und hier ist es aber halt einfach da das ding logischerweise was man auch übrigens gesehen hat bei monas home war dann hier noch so ein block aber der ist ja auch nicht da ich weiß nicht ob ich auf dem holzweg bin ich fürchte ja ich fürchte alles was ich jetzt mache ist zeitverschwendung hm hier komme ich auch nicht weiter aber welcher zweite grüne raum hat die ranken woanders gab es doch keine grünen räume man müsste jetzt mal testen hier hat er doch auch genau hier haben wir doch auch so ein haus da ist kein schornstein das kann ich wollte nämlich sagen wir müssen jetzt mal testen ob man dann da auch irgendwo hoch kann aber ist ja ja gar nicht möglich es muss ein grünes eine grüne raum sein irgendwas grün ich check's nicht und hier ist ja lila aber wozu kriege ich hier eine feder also irgendwas muss doch hier sein hier war doch der mond einfach hier drin irgendwie ich habe doch da nicht großartig mit dem was machen müssen lass mich noch mal ganz kurz ins video schauen ich habe doch hier nicht groß irgendwas machen müssen um an den mond zu kommen oder in monas home ich habe den glaube ich monas home einfach mitgenommen lass mal schauen das muss nachdem das müsste ich relativ schnell finden die rettung von mona beginnt genau und dann vielversprechender ausblick auf den rest des hex da ist das level so und dann bin ich hier in luigi's home und dann bin ich hier in monas home wie oft ich da schon jetzt rum geirrt bin und nichts finde warte wo ist das wo ich in monas home bin da gucke ich mir die bilder an zum dreitausendsten mal von hi ja die 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 sind ob da irgendwelche Ranken sind in dem Raum. Sind aber auch nicht. Ach ja, dann war hier diese Note von Yoshi. Reminder to self-remember to feed the Yoshis or else they'll starve. Replace with new note afterwards. Wait, ist da vielleicht eine neue Text-Nachricht? Replace with new note afterwards. Ja, lo, lo. Date 120521. Ist da vielleicht... Schreib mir mal die 120521 auf. Habe ich mir die aufgeschrieben? Ach ja, da steht sie. Aber hat mir noch nie was gebracht. Vielleicht brauchen wir die ja irgendwo. Ich wüsste nicht wo. 120521. Aber wo war denn hier der Mond jetzt? Aber wieso kriege ich hier eine Feder? Ja, das habe ich mich auch gefragt damals. Kann ich damit irgendwas tun? Weiß ich nicht. Hast du damit irgendwas getan? Und weißt es nur nicht mehr, Kollege? What the heck? Ja, da kam jetzt der Apfel hoch. Das ist egal. Nein! Das ist nicht egal! Feed the Yoshi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so wichtig, dieses Video anzuschauen. Oh, ich habe gerade... Oh mein Gott! Mir gehen so viele Lichter gerade auf. Oh Gott! Dadurch, dass ich das Bild hier anschaue... Was ich vorhin noch als Glitch abgetan... Also nicht als Glitch, aber als unwichtig abgetan habe. Oh mein Gott! Dadurch, dass ich hier... Äh... Den, 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 den... Das Bild anschaue. Kommt hier der Apfel ja wieder. Also nicht der Apfel, aber halt, ne? Und den kann ich ja so auslösen. Aber der fährt da jetzt nicht... Der füttert so nicht das Yoshi. Der fährt da jetzt rum. Nein, du sollst das Yoshi... Wie kriege ich den zu dem Yoshi? Okay, wie kann ich den jetzt... Was kann ich jetzt... Ich dachte jetzt... Nein, nein, nein. Ich dachte jetzt, ich kann damit irgendwas machen, aber ich kriege den nicht zum Yoshi. Aber irgendwas muss ich damit bestimmt machen. Hier, da ist diese Message. Remember to self... Remember to feed the Yoshis, or else Dale's darf. Replace with new note afterwards. Wie kriege ich den zu dem Yoshi, den, den... Das geht nicht. Der fährt da hoch. Aber irgendwas hat es damit auf sich. Ach, der, der, die Box ist deswegen da, weil Mario hier unten ist. Da sieht man die Cape. Also Boone halt. Da ist die Tür. Deswegen ist die Box da. Ja, okay. Jetzt bin ich trotzdem nicht weiter. Aber jetzt habe ich eine Verwendung für den Apfel. Also eine Idee für den Apfel. Aber ich komme. Aber ich bin... Aber was, wohin, also wie, aber warum und womit und... Und wie, was, das wie ist vor allem die Frage. Wie kriege ich den zu dem Yoshi darunter? Wie kann ich Yoshi damit füttern? Nein. Du musst zu Yoshi. Aber wie? Wie kommt der zu Yoshi? Was, noch einer, was? Achso, nee, da ist wieder gespawnt. Aber dafür muss ich ja auch nicht die... Aber dafür muss ich ja an sich auch nicht die Bilder angucken. Ich bin so irritiert. Also hier ist jedenfalls nichts. Verstehe ich es nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, ich habe was rausgefunden. Aber effektiv nicht. Effektiv habe ich nichts rausgefunden. Aber wozu kann man das machen? Warum ist hier eine Feder? Also, dafür muss ich aber auch nicht das Bild angucken. Wenn ich hier rübergehe, kommt der Apfel auch so schon wieder. Nee, tut er nicht. Ich muss das Bild angucken. Wait! Nee, geht auch nicht. Ich wollte gerade sagen mit Select, aber ich kann ja nichts runterfallen lassen. Ich kann halt nur hier den... Den so losschicken. Aber wie hilft es, den Yoshi-Zummel zu füttern? Der ist jetzt... Achso, und weil der despawnt und ich ihn nicht einsammle, taucht er dann hier wieder auf. Okay, ja, okay. Jetzt verstehe ich, warum der der zweite war. Aber wie kriege ich... Wie kriege ich den zu Yoshi? Wenn das überhaupt geht. Kann die Treppe nicht einfach mal glitschen? Oh Gott. Jetzt fährt er da wieder runter. Jetzt ist er weg. Ach, ich verstehe es nicht. Irgendwas muss es doch hier mit auf sich haben. Und ich meine, der Mond hat gesagt, guck dir die... Der Mond hat gesagt, guck dir die Bilder an von Dings und... Aber das... Das sind alles Hinweise, die mir irgendwas sagen sollen. Aber ich bin noch nicht ganz... Ich meine, ich wollte das Video eigentlich angucken. Da war ich ja gerade stehen geblieben. Ich wollte das Video angucken, weil ich wissen wollte, wo der Mond war. Wo der Mond in Mona's Home war. Das wollte ich ja eigentlich wissen. Huch wollte ich nicht. So, hier. Okay. Nee, ist nicht okay. Wo war jetzt der Mond, Kollege? Wieso ist jetzt gerade dieser Block fest? Ja, das frage ich mich immer noch. Wo war jetzt der Mond? Hä? Wo gehe ich denn rein in das Haus? Mona's Notes, wie mein Schiran. Wann gehe ich denn in dieses Haus rein? Ach, da oben ist einfach der Mond. Scheiße. Der war einfach da oben. Also in Mona's Home kann kein Mond mehr sein. Aber was soll... Wozu die Fe... Dann habe ich die Feder nie genutzt? Dann habe ich die Feder nie genutzt? Was soll das? Give me some people would say you have no life. For them I would say oh my Mona. So, an den Yoshi komme ich nicht ran, ne? Ja, das ist... Oh, das ist wieder ein Bild zum Gucken. Nice. Ja, nice. Super nice. Und hilft mir nix. Scheiße. Irgendwie muss ich das an den... Wenn ich... Ich weiß zwar nicht... Das ist das Nächste. Ich weiß gar nicht, was soll eigentlich passieren, wenn ich den Yoshi damit füttere. Aber wozu ist dieses ganze Zeug da? Ist das einfach nur ein Gag oder ist das schon ein Hinweis? Das ist alles hier... Das ist fest. Ich komme da nicht durch. Und ich kriege hier auch den... Den... Den Pilz nicht. Also ich... Ich wüsste nicht, wie ich die... Wie ich Yoshi da rauskriegen kann. Ich komme hier nicht durch. Das ist fest. Aber er ist halt da. Wie kann ich den füttern? Wozu kriege ich hier ne Feder? Ich habe jetzt echt gedacht, ich habe schon was raus. In dem Moment, wo ich diese Bäre einfach loslaufen lassen kann. Aber ich habe halt nichts raus. Ich habe halt gar nichts raus. Guck mal, da ist auch schon ein Yoshi tot, sehe ich gerade. Da, das sind ja Knochen von dem Yoshi. Aber das nützt mir auch nichts. Ist das dann einfach nur Gag? Ich bin... Ich weiß bei dem Hack halt nicht mehr, was noch Gag ist und was relevant. Aber die ganze Feder hier, es kann doch kein Gag sein. Wozu kriege ich hier ne Feder? Guck mal, der Yoshi ist auch tot. What the heck? Das ist alles der gleiche Scheiß. Ich verstehe es nicht. Ich kann nix tun. Und hier draußen kann ich auch nix tun. Wozu kann ich hier ne Feder mitnehmen? Guck mal, wenn ich hier reinkomme, es lässt sich gar nicht verhindern, groß zu werden. Hat es irgendeinen Grund, dass ich groß werden muss? Wieso muss ich überhaupt groß werden? Wieso kann ich nicht einfach in klein das Ding besuchen? Wait, ist da vielleicht irgendwo ne Tür, die ich nur in klein betreten kann? Ist hier vielleicht ne Tür, die nur in klein geht? Irgendwo? Oder ne Röhre, die nur in klein geht? Das wäre ja sick eigentlich. Aber ich kann auch, wenn ich hier reingehe... Also wenn ich hier... Sobald ich hier reingehe, kann ich nicht mehr klein werden. Kommt er auch als kleiner nicht hoch? Nee, keine Chance. Guck mal, hier werde ich groß. Warum? Das ist alles so ominös. Ich verstehe das nicht. Wozu die Feder? Also irgendwas muss doch mit der Feder, muss es doch damit auf sich haben. Ich kriege aber... Ich kriege die Bäre nicht zu dem Yoshi hin. Das geht nicht. Hm. Und der Hinweis beim Mond hat einfach nur gesagt, guck dir die Bilder an. Scheiße. Und hier habe ich ja keine Feder mehr. Wenn ich hier mit einer Feder wäre, so dann wäre alles anders. Die Box ist halt auch nur dafür da, um mich aufzuhalten. Ich weiß auch nicht, warum... Achso, ja, dass man das nicht auslöst wahrscheinlich. Dann hatten wir schon mal geklärt. Aber hier ist nichts. Hier ist literally nichts. Und alles andere, was hier auf den Bildern zu sehen ist, ist eigentlich gar nicht real. Guck mal, hier werde ich auch nicht groß. Ja, den habe ich ja, aber... Er nützt mir nichts. Was soll mir das sagen? Guck die Bilder an, erzählen sie mir. Was soll mir das erzäh... Das ist auch nur Gag. Und da oben komme ich nicht hoch. Da ist ja auch nichts mehr. Also, es scrollt ja auch nicht weiter hoch. Und das... Was soll mir das sagen? Ich check's nicht. Ich muss jetzt recherchieren. Es hilft nichts. Ich muss jetzt recherchieren. Man kommt an diesen 49. Mond ran, bevor man im letzten Level ist. Sonst wäre da kein... Kein 49-Monde-Röhre. Es muss möglich sein. Aber ich weiß nicht wie. Bin komplett aufgeschmissen. Ich habe jetzt gerade echt, ne... Ich hatte kurz zur Zeit Hoffnung, dass diese Geschichte mit dem... Mit dem Ding, mit dem hier Pilz da irgendwas nützt, aber... Dem war leider nicht so. Hier geht's ja auch nicht weiter hoch. Ich habe auch hier keine Federn und nix. Wo sollen die auch herkommen? Hier ist halt nichts. Check's nicht. Look at the paintings in Mona's and your brother's home. Was soll mir das sagen? Oh. 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 Habt ihr angeschaut? Aber es hat mir leider nichts geholfen. Ich komme da nicht drauf. Ich weiß nicht, wo dieses grüne Haus... Also das grüne Haus wäre das, wo ich denke, da geht's los. Aber ich weiß nicht, wie ich da... Also wo soll das sein? Das ist dieses Haus hier. Und da ist... Hier an der Stelle eine dritte Wine, die hier nicht ist. Und das ist... Das ist ein Einzel-Wine. Aber... Das hilft mir ja nicht. Also wie soll mir das denn helfen? Das hilft mir ja nicht. Also wie soll mir das denn helfen? Ich habe recherchiert. Die Hinweise haben nichts mit dem letzten Mond zu tun. Der letzte Mond ist in dem Raum-Level, wo wir schon immer gesagt haben, da ist der letzte Mond. Und warum es Bonus-Game mal zwei heißt und so weiter, keine Ahnung. Ich muss jetzt... zum gefühlt dreimillionsten Mal... hier durchspielen. Also das haben wir... Den Raum haben wir, glaube ich, jetzt wirklich schon... eine Millionen Mal gesehen oder so. Ach, ich muss spinnen. Ich trottel. Okay. Also nochmal hier durch. Oh mein Gott, das war schlecht. Ach, komm. Ei, das ist... Ich habe jetzt bestimmt eine Stunde oder so... Videos geguckt. Bis ich es gefunden habe. Alter, ich... Und ich musste halt so böse aufpassen, mich nicht mit irgendwas zu spoilern. Was das letzte Level und so angeht. Aber das heißt dann auch, die Geschichte mit dem zweiten grünen Raum ist nochmal was anderes. Hat mit den Monden nichts zu tun, offenbar. Ey, ich... Nee. Also ihr werdet ja gleich sehen, was Sache ist. Und ich frage mich auch, habe ich das wirklich nie probiert, was jetzt gleich kommt? Habe ich das nie gemacht? Ich meine, es gibt auch gar keinen Sinn, was man es machen sollte, aber... Ah ja. Wir werden gleich schlauer sein. Ach, scheiß Dreck. Oh. Aber jetzt frage ich mich, lasse ich das Video jetzt so, wie es ist, mit der halben... Ich meine... Warum nicht? Ihr sollt auch leiden. Nicht nur ich soll leiden. Ihr leidet jetzt einfach auch. So ein Ding ist das. So. Jetzt passt auf. Das ist so frech. Hier ist ja der Mond, ne? Da. Genau. Der Mond ist ja immer noch da. Und wenn man jetzt das Level verlässt... Und wenn man jetzt neu in das Level reingeht... Ich meine, es ergibt Sinn, weil der Effekt ist weg, dass man nach unten und so, aber... Weißt du? Das ist einfach frech. Das ist einfach frech. Na gut. Na gut. So. Dann können wir jetzt vielleicht Final Grand Moon abschließen. Denn hier ist jetzt ja das 49. So. Mist or forgot something. Ne. Und dann war alles mit den ganzen... Die Information zu den Bildern... War das einfach so... Hey, du kannst dir die Bilder angucken. Ich dachte halt, das sind dann Hinweise. Ach, Mann. Ist doch scheiße. Ich komm. Okay. So. Was jetzt? 50. Ich meine, gut. Ein Mond muss ja noch in dem Tannis-Szenen-Raum-Level sein. Haben wir ja schon gehört, ne? Ein Mond ist in dem Tannis-Szenen-Ding. Gut. Wie ich den Kollegen kille, weiß ich mittlerweile. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ein Mond ist in dem Tannis-Level. In dem letzten. Sheesh. Okay. Jetzt gehen wir zum letzten Mal dahin. Ich habe ihn. Ich bin drin. So, und da waren wir vorhin schon. Es ist wahrscheinlich wieder egal. Das wird so wie bei dem ersten Raum auch, äh, wie bei dem ersten Level auch sein. Und ich habe es vorhin schon geschafft, deswegen mache ich es jetzt ohne States. Äh, das wird so wie bei dem ersten Schlosslevel auch sein. Es ist egal, welche Art von Eingang man nutzt. Gehen wir nicht auf den Keks. Es wird egal sein, welche Art von Eingang man nutzt. Man muss es einfach nur, man muss einfach nur eine von beiden Sachen erfüllt haben. Ich nutze jetzt natürlich den Mondeingang, weil, ist klar. Und ich schätze, dann kommt wieder... ...wieder so ein Raum mit verschiedenen Röhren, weil wir haben halt noch nicht diesen zweiten grünen Raum gefunden. Das ist das Ding. Und dann ist die Wine... ...hat dann die Wine leider mit dem... ...mit dem Bild nichts zu tun gehabt. Und da war ich dann böse auf dem... Aber wozu ist dann die Feder in Monas Home? Ich verstehe, es gibt alles überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, da kann man irgendwas tun dann und keine Ahnung. Das ist schon wieder fast ärgerlich, dass es dann nicht so eine Lösung ist, ne? Ja, es ist halt genauso aufgebaut wie das andere Schloss auch. Mit dem Unterschied, dass man hier rausrennen kann. Lul. Ja. Ja, es ist genau der gleiche Quatsch. Und dann kommt da hinten safe irgendwo ein grüner Raum. Es geht gar nicht anders. Da muss ein grüner Raum kommen. Ach, okay. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Die Mondsucherei hat mich gerade so abgefuckt. Ja gut, dann werden es wahrscheinlich doch noch zwei Parts. Und das hier ist der vorverletzte. Weil ich werde mich hier safe durchstaten. Ich bin jetzt so genervt. Na, mal gucken. Mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt wirklich schwierig wird. Also, wirklich schwierig, schwierig. Und wahrscheinlich ist dann der normale Exit hier halt ohne dieses Secret. Und der Secret Exit ist wieder mit dem Secret. Und dann sind es wahrscheinlich wieder zwei Bosse. Könnte ich mir jetzt so denken. Und dann gibt es hier halt noch irgendwo einen Mond. Weil ich verstehe nach wie vor jetzt nicht, warum es Bonus mal zwei heißt. War im Bonus mal... Im Bonusraum war doch nur ein Mond. Oder bin ich blöd? Ach, ist ja egal. Mir soll es egal sein. Jedenfalls fehlt uns der Mond hier noch. Und dann haben wir 50 Monde. Und dann ist auch gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.